Heute wieder im Beutlinger Skatepark. Jo Freunde was gehört, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wieder im Beutlinger Skatepark auf dem BMX. Ich habe jetzt einen Freecoaster drin, das heißt ich kann rückwärts fahren ohne die Kugeln entlassen zu müssen. Heute gibt es ein paar Freecoaster Jibber und ein paar geile Lines und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So Freunde ich fang mal an mit dem 180. So Freunde nächster Trick, 180 raus, faken wir einmal rum und wieder rein dropen. Das ist immer ein bisschen sketchy, aber ja mein Ding ist echt toll. Wir sind auf jeden Fall nicht gewonnen. Wir sind auf jeden Fall nicht gewonnen. Wir sind auf jeden Fall nicht gewonnen. Oh Junge war das sketchy. Ich mach nochmal, weil der Eben war richtig sketchy So Freunde, nächster Trick, ähm, 180 hier raus, wo ich ihn eben gemacht hab, und ich fang ihn halt, ähm, bis da rein, wo ich auch irgendeinen Fake hier reingemacht hab Also sozusagen beide Lines können mich nicht nur eigentlich nicht drehen, aber letztes Mal Das war's für heute Lines, mein Leben, mein Leben, mein Leben, mein Leben, mein Leben, mein Leben, mein Leben So Freunde, äh, nächster Trick, 180 überdies Bein, den hab ich vorwesemal, äh, zum ersten Mal gemacht Das dauert immer ein paar Versuche, ähm, aber ich will gute Dinge, let's go Bruder Close Oh mein Gott Ah, Digga Ah Ah, ja Digga, der wäre perfekt gewesen Ah, mein Arsch Haha, Digga Zwar nicht clean, aber ich lass es jetzt So Freunde, nächster Plan ist hier von der Bank 180 Ja, mal sehen, wie das aussieht Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah mein Schienwein. Oh mein, das ist so ein Struggle. Immer weiter, weil ich nicht freest. Hey Alex, mein Geburgen. Ja, let's go! Das ist so ein Struggle. Das ist so ein Struggle. Das ist so ein Struggle.